Ich bin eine Besserwisserin, das habe ich da dann nochmal erfahren. Da habe ich zuerst auch gedacht, ach, wieso sind die Begriffe nicht so ganz positiv belegt. Aber durch die Auseinandersetzung damit, durch die tiefe Auseinandersetzung und auch zu sehen, okay, das ist in der Kindheit entwickelt worden und das ist alles ein Potenzial. Und Potenzial ist erstmal neutral. Und ich kann das so oder so einsetzen. Und wenn ich die Wahl habe und kann das kreativen Gut für mich einsetzen, dann ist es wunderbar. Und dann schreckt mich der Begriff nicht. Und weiß also genau, wenn ich von allen vier mir was hole, dann werde ich kompletter und habe ganz viele Möglichkeiten in meinem Leben gut zu reagieren. Das 4D-Typologie-Modell, also 4D steht für vier Dimensionen und da geht es um die vier Dimensionen der Persönlichkeit. Es gibt viele Modelle, es gibt seit den alten Griechen schon die Melancholiker, die Phlegmatiker, die Choleriker und die Sanguiniker. Menschen mögen es, Menschen brauchen es auch, Modelle zu haben, weil wir ohne Modelle nichts verstehen können. Insofern ist das einfach ein wichtiges Werkzeug. Und natürlich muss man immer bedenken, dass das nicht die Realität ist, sondern es ist halt ein Modell. Aber es ist ein sehr hilfreiches Modell, weil es ist ein systemisches Modell. Das heißt also, diese vier Energien gibt es überall in jeder Familie, in jedem Team. Wenn eine Familie nur drei Personen hat, dann muss halt der Hund eine Rolle übernehmen oder die Katze. Es sind sogenannte Vermeidungsmuster. Das heißt also, die entstehen in der Kindheit, weil es ja ein systemisches Modell ist, je nachdem, wer da so in der Familie ist, bleibt ja quasi für mich nur noch eine bestimmte Rolle übrig. Das heißt also, wenn ich jetzt hier schon einen aggressiven und einen Rückzieher habe, dann werde ich mich mal mehr nach Spaß orientieren, weil ich einfach nicht nur meine Pflicht erfüllen möchte. Und was eben besonders ist an den Energiemustern, die sind von Dr. Gundl Kutscherer in Österreich entwickelt worden. Ich habe die da im Rahmen meines Studiums kennengelernt und nutze sie jetzt seit vielen Jahren einfach sehr gerne in meinen Seminaren und Trainings. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, ein Mauerblümchen oder Rampensau. Und habe mich einfach sehr eingehend damit beschäftigt und finde es einfach immer faszinierender, wie sinnvoll das ist. Und erlebe in meinen Coachings und Trainings, wie wertvoll das für Menschen ist, einfach ins Bild gesetzt zu werden. Ja, also wenn ich das jetzt mal hier so ein bisschen erläutere, dann gibt es halt natürlich ausgehend von dem Thema Energie, vor allem die mutigen, aggressiven Einschüchterer, weil die sind nämlich vorne. Das heißt, das sind Menschen, die wollen nach vorne gehen, die schauen in die Zukunft, die machen sich auch eher Sorgen darüber, ob alles richtig ist, ob für den Winter gesorgt ist. Und ihre Aufgabe ist eigentlich, alle zu ermahnen, immer weiter ihre Pflichten zu erfüllen, nicht sich aus dem Staub zu machen und halt ihre Aufgaben zu erledigen. Deswegen ist es ganz wichtig, sie sind immer mit der Aufgabe und der Pflicht verbunden, sind eher Denktypen, also sind sehr rational, wobei sie natürlich, wenn sie dann wütend werden oder aggressiv werden, natürlich auch ihre Emotionen zu Hilfe nehmen. Die sind aber nicht aggressiv aus sich heraus, sondern sie werden einfach sauer, wenn sie merken, keiner hört ihnen zu und der Kahn wird quasi an die Wand gefahren. Wie der Aggressive, der kann gut delegieren. Das ist es nämlich, dass ich da lerne, okay, das mache ich, das ist wichtig, aber ich kann und darf auch delegieren. Und deswegen geht die Welt nicht unter, sondern im Gegenteil. So, wer da gegenüber sind, die Rückzieher, die sind quasi, energetisch gesehen, ziehen sie sich halt zurück, das heißt also, die möchten vor allem, dass sie sicher sind. Und die sagen sich halt, ich war das nicht, ich war da gar nicht da, ich habe damit nichts zu tun. Sie gucken auch, dass sie möglichst nicht irgendeine Verpflichtung eingehen, was dann dazu führt, dass sie halt auch in ihrem Leben sich eher so Aufgaben aussuchen, wo sie in Sicherheit sind, also als Programmierer oder Steuerberater, wo sie nicht so sehr mit Menschen zu tun haben, sondern mehr mit Dingen, die sie beherrschen und kontrollieren können. Die sind sich aber trotzdem auch der Pflicht bewusst und das verbindet die auch. Und häufig ist das auch ein gutes Gespann. Also sagen wir mal, der Chef, der mutige Aggressivereinschüchter, der sagt, so, wir müssen hier den Markt erobern und morgen müssen wir das, das, das und das machen. Und der Rückzieher, der sagt, ja, ich habe Ihnen hier schon mal die Zahlen vorbereitet und hier ist die Liste und so weiter, also die dann so das alles machen im Hintergrund und gar nicht in Erscheinung treten wollen. Die großen Widersacher von den aggressiven Einschüchtern sind die kleinen Kinder. Das kleine Kind ist zentriert in sich und das kleine Kind weiß zu genießen. Weil die kleinen Kinder, die sind halt energetisch da, wo sie sind. Die sagen, ich bin quasi eine Naturkatastrophe, ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin. Ich kann mich nicht ändern, ich bin halt, muss auf mich achten. Also die kleinen Kinder glauben, sie müssen vor allem trotzen und sie müssen gegenhalten und sie müssen halt immer ihre eigenen Interessen wahren. Sind dabei durchaus gesellig, können sehr, sehr charmant sein, können auch sehr aggressiv sein, wenn man ihnen irgendwie nicht richtig kommt. Und die sind vor allem auch in Firmen diejenigen, wo immer sich die Probleme anbahnen, weil die kleinen Kinder einfach nicht mit Vernunft oder mit gutem Zureden zu erreichen sind. Also wenn 5 Uhr ist, lassen sie halt den Griff gefallen und das ist dann das Problem der anderen. Deswegen gibt es also hier immer erbitterte Kämpfe zwischen den Aggressiven, die dann sagen, so geht das nicht und sie müssen jetzt hier und so weiter. Und die kleinen Kinder, die sagen, mach ich nicht, müssen sich jemand anderes suchen. Und dann suchen die sich natürlich Positionen, wo sie das auch können. Also entweder halt als Beamte oder in irgendwelchen Organisationen, so im mittleren Bereich. Und da sichern sie sich dann so ihre kleinen Königreiche und sehen zu, dass sie da niemand irgendwie wegkickt. Gerne flüchten sie sich auch in Krankheiten und gerne sind sie auch mal so ein bisschen manipulativ, haben sie gar kein Problem mit. Also alles, was ihnen selber dient, ist gut. Es gibt natürlich jetzt nicht nur diese vier Typen, sondern es gibt natürlich auch noch andere Formen, da gehe ich gleich mal ein bisschen drauf ein. So, wir haben jetzt also den mutigen Aggressiven-Einschüchter vorne, der rückt sich da hinten, kleine Kinder in die Mitte. Und jetzt muss es jemanden geben, der die alle miteinander verbindet. Und das ist der fürsorgliche Besserwisser. Also die Besserwisser, die sind quasi wie Wasser oder wie Luft. Ja, die verstehen alle, die sagen, ja, richtig, die haben hier auch diese Mission mit dem Aggressiven-Einschüchter. Stimmt, du hast ja recht. Und die wollen immer eine Lösung finden. Die möchten immer, dass alle irgendwie glücklich sind. Die sorgen sich dafür, dass alles gerecht zugeht. Und sind sehr idealistisch unterwegs oder auch perfektionistisch. Aber eigentlich möchten sie, und deswegen beneiden sie immer die kleinen Kinder, eigentlich möchten sie genießen und Spaß haben. Und möchten irgendwie sich entspannen. Das kann sie aber erst, wenn irgendwie alle glücklich sind. Also der Besserwisser, für den ist es so, ah, Wissen ist die Rettung oder die Lösung. Also das merke ich auch an mir. Aber der Besserwisser, der kriegt Atmosphären mit und der verbindet. Und ich bin so, also ich habe von meiner, von meinem Familienhaus so, meine Strategie war zu verbinden. Ja, und so ist es quasi, dass diese vier halt sich automatisch herstellen in dem Team. Und es ist halt jetzt wichtig zu wissen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Personalverantwortung habe oder eben in einem Team arbeite oder als Lehrer oder Trainer oder wo auch immer, dass es eben, ich weiß, mit wem habe ich es zu tun, was bin ich selber für ein Muster, welche Konsequenzen ergeben sich daraus, auch für Familie, Partnerschaft und, und. Und insofern ist das ein ganz spannendes Modell dazu. Das 4D-Typologie-Modell, was ist das eigentlich? Für mich ist es ein ganz wertvolles Instrument, um, wie ich das eben schon mal gesagt habe, das eigene Verhaltensrepertoire zu erweitern. Also so für den persönlichen Gewinn würde ich es tatsächlich jedem empfehlen wollen, können. Der ein Interesse an Wachstum hat, also an persönlichem Wachstum und Eigenverständnis. Alle, die für sich weitergucken wollen, mehr Handlungsmöglichkeiten in ihrem Leben und in ihren Reaktionsmöglichkeiten zu kriegen. Handlungs- und Reaktionsmöglichkeiten. Also Paaren, auf jeden Fall. Eltern und Kinder, dann Leute, die im Verkauf sind, Lehrer und Schüler. Ach, im Endeffekt jedem. Das kann jeder gebrauchen, das kann wirklich jeder gebrauchen. Also das können Heilpraktiker, Psychologen, Coacher, Trainer können es als Zusatzausbildung wunderbar nutzen. Aber auch im Marketing, im Verkauf, in verschiedensten Fachberatungen. Je nachdem, mit wem ich zu tun habe, dass ich weiß, aha, das ist das Muster, das meinetwegen aggressiven Einschüchter ist, das mir da begegnen. Und da gehe ich intelligenterweise, klugerweise auf diese Art vor, die ich vielleicht vorher gar nicht in meinem Repertoire hatte. Jetzt habe ich sie gelernt. Es ist auch ein großer Selbsterfahrungsteil dabei, der hat mir persönlich sehr viel gegeben. Den kann ich also für mich gut nutzen, aber auch für meine Arbeit zu Hause. Wenn ich wir sage, ist immer, ich war nicht alleine, ich war zusammen mit meinem Mann da. Und weil wir, das ist eine Bereicherung für unsere Beziehung, ganz wichtig. Also diese Fortbildung eignet sich besonders gut für alle, die mit Menschen arbeiten, die beraten, wo es wichtig ist, dass sie sich einen schnellen und möglichst umfassenden Eindruck machen können von ihrem Gegenüber. Und sehr passgenaue Lösungen erarbeiten. Das sind alles lernbegehige Leute, die auch ihre Fähigkeiten erweitern wollen, das zum Teil zum Coaching nutzen wollen. Und auch welche, die für sich selber gucken wollen, was kann ich über mich selber lernen. Und natürlich für die Selbsterfahrung, also einfach für das persönliche Wachstum, da ist es so quasi für jeden eine große Bereicherung. Janice Tompkins konnte das Seminar unglaublich gut und lebendig und erfrischend vermitteln. Denn als Coach muss man sich klären. Und diese Fähigkeit bringt Janice Tompkins und Gernot mit. Und Gernot war mir sehr willkommen, eben auch als männliche Ergänzung in dem Trainerteam. Janice Tompkins und Gernot waren die Trainer für die 4D-Typologie und die haben sich wunderbar ergänzt. Ja, es gab zwischen den Seminarteilen vier Stunden Pause. Also mir persönlich hat das gut getan, weil ich habe das halt auch mit einem Urlaubsgefühl hier sehr schnell verbinden können. Und entweder bin ich dann an den Strand gegangen, was schwimmen oder hier ein bisschen spazieren. Ja, da habe ich aber einfach mal ein bisschen für mich gechillt. Das war sehr gut, weil sich dann wirklich so dieses, was man am Vormittag aufgenommen hat, richtig sacken konnte. Das hat auch noch mal Gelegenheit gegeben, so eine längere Pause am Tag entweder mal ganz abzuschalten oder auch noch mal eine schöne Unternehmung zu machen und in ein anderes Feld zu kommen hier auf der Hinsen. Aber zu sehen, es gibt noch was anderes als nur den Seminarraum. Und im Endeffekt sind wir ja auch immer als Menschen unterwegs, im Ball unterwegs. Und gegebenenfalls auch schon mal die Energiemuster, um draußen irgendwo auszuprobieren, um zu gucken, was passiert da. Und die Menschen dort zu beobachten und sich einzubringen. Die Energiemuster haben sehr viel mit dem Körper zu tun haben, da wir ja in jeglicher Form uns immer ein Ausdrücken mit dem Körper. Wir können unsere Körperhaltung nutzen dafür, um ein bestimmtes Gefühl auch zu entwickeln oder hochzuholen. Wie fühlt sich was an und was ist, wenn ich mich mal groß mache, was ist, wenn ich mich mal klein mache. Es war ein wunderbares Miteinander. Wir haben sehr viel gelernt, viel Spaß gehabt, viel gelacht, viel ausprobiert, viel Theater und aber auch in die Tiefe gegangen. Es war einfach so ein richtig rundum, rundes Paket. Also das Training hat mir ja vor allem sehr viel Spaß bereitet. Also wir sind sehr zufrieden. Es war sehr spannend. Das war unsere erste Auflage vor dieser Kulisse im Süden. Ja, also im 2016 planen wir gleich dreimal das 4D-Typologie-Seminar durchzuführen. Da bin ich auch gespannt darauf, weil es wird natürlich dann jeweils ein bisschen anders, je nach Umgebung, Wetter, Gruppe, wen das anspricht. Also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Das war unsere Kulisse im Süden.